Der Caravan Man 65 Premium ist eine vollautomatische Sattelitenantenne für den stationären Einsatz. Die Antenne ist geeignet für einen Teilnehmer. Das System ist vorprogrammiert für zehn Satteliten. Diese können einfach über das Steuergerät angewählt werden. Schalten Sie das Steuergerät ein, um den Suchvorgang zu starten. Die Antenne sucht nun nach dem Satteliten. Dieser Vorgang dauert circa ein bis zwei Minuten. Der 65 cm Spiegel bietet beste Empfangsleistung in ganz Europa. Im eingefahrenen Zustand ist die Antenne nicht höher als 19 cm. Dies beeinträchtigt die Gesamthöhe des Fahrzeugs kaum. Nach erfolgreicher Suche können Sie Sattelitenfernsehen empfangen. Um die Antenne wieder einzufahren, benügt ein Knopfdruck am Steuergerät. Die Antenne fährt nun in die Grundposition. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017